So, wir werden es tun. Ich weiss nicht, ob einige von euch darauf gewartet haben, aber wir werden es tun. So, wir sind jetzt auf Skado 5. Wir gucken mal, ob das einen Unterschied macht. Ich weiss nicht, ob ich mich buffen soll für die erste Phase. Na komm, wir machen einfach mal, spielt keine Rolle. Voll den ersten Move verkackt. Was spiel ich denn jetzt zusammen, ey? Okay. Ich denke, wir buffen uns lieber mal nicht, weil dann sehen wir besser, ob unser Damage tatsächlich hochging. Wir sollten auch weniger Damage nehmen, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Von beidem merke ich jetzt nicht sonderlich viel. Aber, was auch. Wir machen jetzt die ganze Episode mit Skado 5. Wenn wir regelmäßig in die zweite kommen, werde ich dann in die zweite Skipping jeweils. Ja, ich glaube, das war bei 400 vorhin. Oh, komm, schnell. Ui. Problem ist, ich spiele auch gerade richtig mies. 640, wirklich viel mehr ist das nicht. Hab ich das Gefühl. 680, okay. Ein bisschen ist es schon. Ich will es jetzt auch nicht zu einfach machen. 680 ist nicht so schlecht. Aber wir kriegen zumindest einen gelben Balken. 1, 2 und dann der Fette. Oh. Wenn ich natürlich nicht ausgewichtigt bekommen habe. 1, 2 und der Fette. 1, 2 und der Fette. Okay, Junge. 680. Ich treffe ihn wieder nicht. Vielleicht sollte ich wirklich nicht zu nah an ihn ran, weil... Währenddem das Ding... Ups. ...noch läuft. Kann er bereits den nächsten Angriff starten. Ich muss noch lernen, wann der... ...leichter Angriff besser ist und wann der schwerer Angriff besser ist. Okay, komm. Mal ein bisschen aufschauen. Okay. Nein, hätte ich angreifen sollen. Ich vergesse immer, dass ich das dann... ...dass ich da angreifen kann. Hm. Da trifft mich auch der Zweite jedes Mal. Und das. 1, 2 und der Große. Das war ja mal erwischt. Das war nicht schlecht. Das war keine Zeiten. 1, 2. 1, 2. Gut. Phasenwechsel. Wir sind beim voller AP. 6 Flaschen ist jetzt nicht die Welt, aber... Diesmal hat er mich nicht erwischt. Nein, da darf ich nicht hin. Komm ich noch in den Raum? Nein. 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 Ja, komm. Grab ist gut. Ich sehe die Moves noch nicht. Und ich glaube, ich muss zur Seite ausweichen. Die zweite ist echt krass. Das ist einfach zu viel. Boom. Bam. Explosionen. Das ist... Sensory overload. Definitiv. Komm, Bale. Okay. Das ist ein bisschen weg. Und dann hin Und ins Gesicht Früh Da habe ich irgendwie Glück gehabt Die Kamera war ein bisschen Exzellen wir nochmal Immer zur Seite Oh, das waren 1100er Nee, es waren zwei, glaube ich, hintereinander Okay, rennen Komm her Grab ist immer gut Okay, da muss ich den kleinen machen Oh, das waren 1, 2er Okay Heilung Zweimal Das sieht halt einfach echt nichts Die Kamera ist Super ätzend Okay 680 Ich bin fest Samm scheiß Bein festgehauen 1, 2 Nichts getroffen Vor ihm zu stehen ist am besten Weil dann sieht man zumindest, was er tut Einigermaßen Ouch Die erste muss definitiv noch besser werden Okay Wenn 680 Nice Fassenübergang Volle Heilung Muss auf die super am Boden Acht Vielleicht wäre es besser nicht Arm zu visieren hier 1, 2 1, 2 Okay, da ist super am Boden So viel AOE ständig Er hat jede Die Angriffe sind gleich Habe ich das Gefühl Mehr oder weniger Er hat einfach überall noch Irgendwie eine AOE Suppe am Boden Ich denke Ich denke wir versuchen Ohne Ahnung Visier zu spielen In der zweiten Aber das ist Ach wirklich Ich weiß nicht was das genau war Au Zu früh rein Jetzt geht doch gar nichts Ja, geh ein bisschen weiter weg Dankeschön 1, 2 Eine große Zu früh Okay Jetzt wieder rein Einen ins Gesicht geben 1, 2 1, 2 Überhand Kann ich nicht immer was machen Ich dachte der Schwanzhieb kommt Ich habe keine Ahnung was er jetzt tut Oder getan hat Das war zu greedy Da darf ich nicht angreifen Beziehungsweise noch nicht. Das Wies ist ja auch. Alles haut einem zu Boden. Früh. Aber wir haben nur noch 5 Heilungen, ne. So, weg. 1, 2. Rennen. Und ich greife nichts. Fantastisch. Der hat kein Telegraphing, der Move. 4 Heilung. In der ersten. Na komm. Der ist gemein. Er hat kein... Macht nicht viel Schaden. Aber der ist nicht getelegraft. Okay, gut. Jedes Mal. 2 Heilungen. Ah, das kann man es werden. Letzter. Ich habe geklaut. Alles explodiert. Immer und immer wieder. Ja, kann ich mal bitte hier raus? Okay, wir haben keine Heilung mehr. Okay. Huh. Übel. Die erste muss besser werden. Wir brauchen mehr Heilung da. Ähm. Und ich muss irgendwie rausfinden, wie ich Damage machen kann. Weil es hat überall Aoi. Und ich muss irgendwie rausfinden, welche Moves das einigermaßen safe sind. Okay, das war nicht schlecht. Keine Ahnung, warum ich das erwischt habe. Normalerweise kann ich da einfach rennen. Diesmal ging es nicht. Okay. 40. 40. 40. Nimm das Bail. 60. Au. Warum geht... Warum kann ich da nicht mehr angreifen? Eins, zwei. Weg. Gesicht. Alles erwischt, ich ging. Aber nicht immer. Okay. 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 Ich bin 50 ins Gesicht. Okay. 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 Nein, falser Angriff. Nein, ich darf nicht in den Raum. Oh. Heilen. Sieben Heilungen sind immer noch nirgendwo. Warum renne ich nicht? Okay. Sehr gemeine. Ich habe jetzt mit dem Stärkbild halt echt wesentlich besser gesegnet. Okay. Dann kann ich zumindest was tun. Okay. 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 Den kann ich gut punishen. Das macht so viel Schaden. Äh, wir könnten vielleicht einen Flammtalisman ausrüsten. Ja, vielleicht nicht das dümmste. Ich weiß nicht, warum mir das erst jetzt in den Sinn kommt. Okay. Den brauchen wir nicht unbedingt. Wenn wir ein bisschen mehr Feuerresistenz haben. Okay. 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 Das ist nicht so schlecht, weil in der Regel kann ich ihm eine reinrabsen. Der ist plötzlich zu gefährlich geworden Der ist auch nice Oh, zu greedy Au Rennen Okay, und wieder hin Eins, zwei Überhang Einmal zuhauen und rennen Aha, der fiese Wo ich nichts machen kann Wir sind auf 8 Unten Ren Und wieder hin Ach komm schon Immer das gemeine Zeug Ey Wurde ich nicht Instant umgehauen Das ist echt Es ist super schwierig Charme zu machen Geht so viel Einfach daneben Schwanzpeitscher Ich dachte, das wäre der andere gewesen Und wir haben Phasenübergang Okay Ich wurde komischerweise Obisiert Eins Zwei Und der geht dann aber auch nochmal hoch Okay Der Einzige wo ich was machen kann Schockwelle erwischt mich jedes Mal Oh, okay Okay Das macht er auch nochmal Das macht er auch nochmal Jetzt steht natürlich genau in der Pfütze drin Oh Der erste wo er Und der ohne die Kugel Wo er hoch geht Der super tricky Der erste Move geht Da kann man durchholen Und der zweite muss man auf die Seite Und dann nochmal rollen Glaube ich Und so irgendwie So, wir machen noch Ähm Einen Versuch Und dann Ich denke mal war es das in der Episode Ich muss den ersten besser spielen Kann nicht sein, dass wir da immer irgendwie Ach, Teilung verballern Ich würde auch gerne wissen, wie ich es geschafft habe Ihn zu staggern Weil es ist nur Ein einziges Mal passiert Und dann nicht mehr Ah Eins, zwei Überhauen Einmal drück Zuhauen Diesmal konnte ich wieder was machen Okay Ah, das hat keinen Schaden da Oh Ja, macht ein bisschen was Gerade ist er gegen Frost Nicht wirklich Äh Unfällig Aber sehr cool Und daneben Eins, zwei Oh Okay Das war Frost Okay Ich beschwere mich nicht Was mache ich denn Was mache ich denn Mit Scheiß Ich schade Was mache ich denn Was mache ich denn ? Ich meine Ich bin Oh Aha Ich bin Okay, jetzt zur Seite. Die kann man nach wie vor punishen. Das habe ich gehabt. Ah, shoot. Super. Okay. Teamheilung. Ruhigblut. Ich darf da nicht mehr angreifen bei denen. Und jetzt kommt ein zweier. Ah, voll rein. Gut job. Okay, das hat... Einigermaßen okay geklappt. Den kann ich auch punishen. Kann ich nichts machen. Geht da auch weg. Dreh. Dreh. Gut. Weg. Kommt der 1, 2. Nee. Feuerbälle, okay. Gucken wir, ob wir nicht irgendwo in der Suppe drinstehen. Hier ebenfalls nicht. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Daneben natürlich. Letzte Heilung gewesen. Ah, zu früh. Ding, keine Ahnung. War nicht so schlecht. Okay, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Tschüss.